Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Pokemon Black Special Palace Edition. Wir haben ein neues Pokemon gefangen. Es ist Fetzen, ein Biso Samen. Und es kann Tackle, Heuler, Ekel Samen und Ranken Heap. Ranken Heap wird sehr sehr nützlich und Ekel Samen auch. Und ja, wir haben Galkan etwas trainiert. Er ist auf Level 12 gekommen, kann schon geloot. Lappen, den haben wir überhaupt nicht trainiert, den brauche ich überhaupt nicht, den tue ich irgendwann weg. Und Regie Bang, den haben wir auch, aber der kann nichts weiter als Kratzer, das ist das Scheiß. Deswegen habe ich auch Biso Samen gefangen, weil er noch gar kein, irgendein Aquaknarr oder so gelernt hat. Was eigentlich sehr sehr witz, sehr sehr nützlich wäre. Und jetzt schafft man auch die Arena. Die ist nicht schwierig. Wenn man mit Biso Samen arbeitet. Ja. So, Pika wants to fight. Send out Geodude. Und der Fetzen sollte ganz... Erstmal machen wir Leech Seed, Ekel Samen. Jawoll. Dann bekommen wir jede Runde etwas Leben, ja. Ranken Heap. Boom. Schon den ersten besiegt, der hat nur zwei Pokémon und noch eine Onyx hat der. Nee, wir wollen nicht wechseln. Und ja, wir machen nochmal Leech Seed. Bide. Pide. Pide. Egal. Und jetzt. Ranken Heap. Sollte guten Schaden machen auf ihn. Ich glaube, es g... Ja, es tötet ihn. Und wir haben die Arena geschafft. Und ich bin Level 14 geworden. Fetzen ist Level 14 geworden. I defeated you, I took you, for granted. As proof of your victory is the... Ja, 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 Pika-Wip-Bage. Take... Wait, take this with you. Bide. Töööööööne... Bide. Nee. Bide ist nicht so gut. Ich mag den nicht. Aber wir haben unsere erste Ding... Warten. Hey, das sieht geil aus. ja wenn wir uns erst dort schon ja wir können schon blitz eigentlich machen aber ich glaube man kommt da nur mit ding rein doch man kann durch maus durch die dickleid cave dadurch wo ist die dickleid cave eigentlich da ist sie doch 15 brauche ich eigentlich ein erd pokémon glaube ich noch nicht egal wo bin ich wo sind wir denn keine ahnung mit märz ich glaube wir sollten eigentlich gar nicht rein oder doch das weiß ich gar nicht was ist denn hier boah keine ahnung wo wir jetzt sind oder da habe ich nicht ich sollte wieder zurück gehen auf keinen fall mit dem ding hier das brauche ich ja später ich will doch abhauen noch gut no man nervt doch nicht Ah, Mann. Wo krieg ich denn den her? Den Blitz. Ich glaub, den brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Oder doch? Keine Ahnung. Wir gehen erstmal ab zum Mondberg. Wir können ja jetzt schon zum Mondberg hin. Und da warten wir uns noch. Nein, wir sollten erstmal zum Pokécenter. Wo ist denn der? Pokécenter muss es hier sein. Genau. Wir heilen uns erstmal. Dann heißt es erstmal hierhin. Du schaust mich an. Du Fotze. Und ein Level 9er. Bitchy. Äh. Äh. Hm, ich hab auch keinen Donnerpack. Guck mal für den, aber... Dann machen wir mal... Ja, weg. So. Als nächstes bist du dran, du fuhren Sohn. Ach, dann muss ich mit Tackle den schnell. Oh. Okay. Geil. Mein Pokémon ist 2. D Lazarus. Ding gekommen Wie heißt das? Bisa Sam, Bisa Knoss, Bisa Floor Ja, okay, das kann ich nicht merken Dann mach ich jetzt mal geil, kann ich entwickeln Kann ich hier gut entwickeln, weil die starke Pokémon haben Wie mal Pikachu in Anzügen Sieht witzig aus, sieht sehr sehr witzig aus Und, lass mal ein Ember auf dein Gesicht Hör mal auf Und Level 14 Pokémon Sehr sehr gut, Glumanda ist Level 14 Lidronen Mit Kratzern sollte es sehr sehr weg gehen Und ja, Ember, weg Leer hat's gelernt Silber Blick Und ja, bei denen braucht man eh nichts anderes Was ist das hier? Ne, will ich nicht Oh, er schickt die Puff Ich glaub man konnte hier irgendwo ein Kadabra Äh, ein Äh, äh Äh, wie heißt das? Kappado kaufen Und ah ja Man kommt hier nicht weiter Ich hab keine Ahnung, wie ich jetzt weiterkomme Ich glaub es gibt keinen Mondberg Das heißt, wir müssen wieder zurück Dieser Heik ist echt etwas komplizierter war Da müssen wir doch mit den Dingen Äh Wo ist denn da? Äh, mit den Diktar Cave Da fang ich auch glaub ich ein Diktar Ja, den kann ich fangen Achso, das hab ich ja noch gar nicht Ich hab ja noch keins Boah Welches Level haben die überhaupt? Level 18 Das heißt, wir sind doch nicht so falsch hier Wo ist denn der Mondberg? Ich weiß nicht, wo ich lang muss Oh ja Werde noch viel Spaß haben Bekommen wir für einen Club Okay, da gehen wir gar nicht mehr rein Da bekommen wir ein Welthandy Ich hab ein Go-Kart Okay, das will ich mal schauen Kopier ich nicht Okay, hier ist der Markt Geset Da will ich erst mal Zehn Pokobille Ja Okay Mehr brauch ich eigentlich noch gar nicht Wo ist die Arena? Was bist du? Ein Fishing Obo Ein Simly Lauf Fishing Do you like to fish? Hier bekommen eine alte Ruhe Alte Angel Das ist geil Ja Nein, nein, nein Nicht nochmal da Ich hab keine Ahnung Wie das hier weitergehen soll Jawoll Mein Geilkind wurde Zwei Das ist richtig schwierig zu erkennen Aber ich hab keine Ahnung Wo das alles ist Was ist das? Oh nein, da war ich schon Dabei, dabei Ich kapier den Heck nicht Nein, nein, nein Nicht nochmal Ich glaub hier muss doch ein Irgendwo eine Arena sein Okay Da ist die Arena Elektro-Arena anscheinend Okay Boah, sieht das schon Million hässlich aus Alter Moment Ich mach ein Safe State Können Bock nochmal Da, hier da Wo ist denn der Schalter? Komm schon, Mann. Hey, da ist ein Switcher mit Trash. Süßig! Ich glaub, da sind wir nebeneinander. Ne. Ich glaub ich das nicht. Ist ja kacke. Hä? Ja! Bäh! Ich kapier die Arena nicht. Ich hab gegen den verloren. Komm schon näher. Oh, Muna. Geht doch. Boah, nicht schon wieder so eine Missgeburt. Ja, ich hasse dich. Oh, Muna. Ich hab gegen den gesehen, aber ich hab keine Chancen. Oh, Alter. Ich will nur... Das ist richtig kacke. Der muss sich nur besiegen, Alter. Was ist so schwierig, wenn... ...wenn ich den noch besiege, Alter. One Zone. Gut. Gut. Wie kann man das schaffen, meine? Ich hasse diese Arena. Ich hab die schon immer gehasst. Okay. Es war hier. Yes! Geschafft, man. Endlich. Und da ist der Hackett. What do you think you are doing here? You won't live, Luke, in combat. That's also... The Italian-Kid. Flaming-Pokémon saved me during the war. They fried my enemies into paralysis. The same method will do to you. Ja, mach das mal. Versuch das mal, du Knecht. Stimmt. Ich hab keine Pokémon. Moment. Ich hab ja gar keine Pokémon mehr. Was heißt, ich... Warte mal, nuh, 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 nuh. Ich werd's eh nicht schaffen, deswegen... Passt das schon, dass ich's biele. Ja. Jetzt geht's richtig los. Und so. Endlich hier. So. Ah. Der ist nicht besonders stark. Level 21. Sonic Boom zieht immer 20 ab. Ember. Naja. Ember. Sonic Boom ist, glaub ich, ne... Normal-Attacker, oder? Oh, es brennt. Çok güzel. Çok güzel. Du bist doch sowieso schneller, du Lappen. Hahahaha. Ah, ha, ha. Jetzt muss ich in Ember treffen, und dann... ...glaub ich, dass ich dann alles hab. jawoll aber tschüss ich hab nichts gegen kratzschuh ich muss echt meinen dick da oder so fangen damit ich naja es gibt nur eine eine dann arena es ist diese hier wir haben schon zwei ordner eigentlich fast schon nach zwei parts glaube ich ein kurzer egg oder ich mache ihn echt schnell lieb sieht ja der macht heiler auf uns und jetzt das war ein rankenhieb in die fresse du hässliches fettes kind level 20 reitschuh naja ist kein problem 24 ist das level aber wir ficken die irgendwie keine ahnung warum nein 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 leeds zieht wenigstens willkommen in mein leben dank ekelsam krankenhieb zieht nicht so viel ab es ist echt schade die 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 fuck you ich bin voll paralysiert verpiss dich mal use winewhip komm schon das wissen nicht mehr viele mathe viel kp hat er nicht mehr ich hoffe dann gibt es jetzt sehr sehr gut ab sollte weil ich glaube der benutzt hypertrank oder irgendetwas an diesen pack kann ich mir vorstellen geil wir haben gewonnen amt's right not come up with raw you are the real deal did find and take the stellen page so man springs up your pokémon speed don't let's you pokémon fly any time kid you're a special kid take this 10 24 what on the board Achso, der dritte Orden war das. Der zweite Orden? Keine Ahnung, wo der ist. Moment. Welche Dinge sind die überhaupt? Welche Karte? Welche Route? Welche Route 16 bekommen wir denn? Fliegen. Achso. Hm. Wie? Wie? Welche Nähe der Stadt ist denn das? Boah. Aha. Achso. Da müssen wir so entlang. Na, nach oben halt. Na, na, will ich mal sagen. Ich beende den Part. Und wenn's euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Part. Wenn wir versuchen Fliegen zu bekommen. Yes, tschüss. Tschüss.